Radio Soul. Talk of Town. Menschen mit Botschaft. Heute haben wir wieder eine Episode unserer beliebten Serie Erwecke Deine Selbstheilungskräfte. Von und mit Gabriela Gasser-Schrott von Genussvoll Gesund. Hallo Gabriela, schön, dass du da bist. Hallo Gerhard, ich freue mich. Hallo. Wir haben dich wieder über Zoom dazugeschaltet. Du bist ja aus Tirol. Und wirst es unseren Hörern dein heutiges Thema bringen. Ja, also die Selbstheilungskräfte, die sind ja nicht nur für uns erwachsene Menschen, sondern, und das ist mein Herzensthema, auch schon für die ganz Kleinen. Und deswegen ist heute unser Thema ein Schwangerschaftsthema. Wir haben gesagt, alle vierten Mal machen wir sowas. Und heute fangen wir ganz am Anfang an und das ist der Lifestyle für die Empfängnis. Wunderbar. Also diese Episode heißt Lifestyle für eine gute Empfängnis vor der Schwangerschaft. Wunderschön. Und worauf kommt es an? Ja, also es ist eh klar, die Frauen, wenn sie erfahren, dass sie schwanger sind, die machen sich dann Gedanken und fangen an, gesünder zu leben. Und die Frage ist, machen das die Männer auch? Oder sollen das die Männer auch machen? Das ist die große Frage. Und ich würde sagen, ja. Es ist ganz wichtig, dass die Männer auch in diesen gesunden Lebensstil reingehen. Und zwar einfach auch mit ihrem, alles was sie machen, in Bezug auf das, dass ihr Körper genauso vital wird. Also nicht nur der Frauenkörper sollte vital sein, sondern auch der Männerkörper, damit diese Empfängnis überhaupt gut passieren kann. Also die Männerrolle ist also auch wichtig. Auch bei uns ist es wichtig, dass wir fit sind. Und das ist gar nicht so einfach, weil wir sind im Stress. Die Männer haben viel Arbeit, die Technik, die Umwelt. Also das möchte ich euch einmal erzählen, wie man die Qualität der Spermien positiv beeinflussen kann. Da gibt es auch Tipps. Und zwar geht es darum, dass die Körperwärme des Mannes eine Rolle spielt. Also wenn die Körperwärme zu hoch ist, dann ist es schwierig. Und die Körperwärme, stell dir mal vor, die kann sich durch eine enge Hose entwickeln. Enge Jeans zum Beispiel. Oder wenn ich im Winter eine Sitzheizung habe im Auto, kann das auch eine Rolle spielen. Und natürlich das Handy, das ich im Hosensack trage. Das hat auch eine negative Einwirkung auf diese Spermenqualität. Und wenn ich das weiß und wenn ich mir wirklich ein Kind wünsche, kann ich vielleicht auf das auch Rücksicht nehmen. Das wäre ein Tipp für die guten Spermienqualität. Und natürlich hängt es natürlich auch ab, wie lebt der Mann. Du hast schon recht, sie sind beim Arbeiten, sie sind im Stress. Aber, oder und, sage ich mal und, ist es doch wichtig, wenn ich ein Kind möchte, dass ich schaue, dass ich weggehe von dieser Technik, mehr in die Natur hinein. Und da haben wir allerhand tolle Tipps, was sie machen können, gemeinsam. Diese Tipps gibt es auf deiner Webseite, nehme ich an? Ja, genau. Also es ist so, ich habe ja diese Herzensanliegen mit der gesunden Schwangerschaft eigentlich auf Instagram ausgelagert, aber auf der Website Genussvoll Gesund findet ihr einen Link dazu. Also wenn ihr da rauf geht, dann kommt ihr direkt in das Instagram-Programm. Und da habt ihr dann für alle diese wichtigen Informationen einzelne Episoden auch. Da fällt mir noch ein Thema ein, die sogenannten Genussmittel. Ja, genau. Also die Genussmittel, das wäre gut, wenn wir so eine Entscheidung treffen, jetzt wollen wir schwanger werden, dass wir die reduzieren. Also das ist dann zum Beispiel die Zigaretten, der Alkohol, aber auch Süßes. Also die Zuckersachen, die sind auch nicht sehr zuträglich. Und ja, es braucht wirklich so eine Entscheidung zu sagen, jetzt waren wir schwanger und jetzt schauen wir wirklich auf uns, damit das Baby dann auch die guten Vitalstoffe über die Mutterernährung zum Beispiel bekommen. Und der Papa kann da mithelfen, indem er nicht Süßigkeiten nach Hause bringt, sondern vielleicht Bio-Obst und die Mama damit unterstützt. Wunderbar, das waren wieder großartige Tipps. Hinwendung zur Natur, einen gesünderen Lebensstil machen oder sich zuwenden. Nicht nur die Frau, sondern auch der Mann. Beide Genussmittel reduzieren. Ja, und es gibt auf deiner Webseite genussvollgesund.com auch einen Beitrag, vor allem auch einen Beitrag, wie man auf die Instagram-Seite kommt. Für alle, die da eh bewandert sind, kann ich gleich sagen, einfach auf Instagram gehen und natürlich bin der Strich gesund, bin der Strich schwanger eingeben. Da kommt man auch auf deine Seite. Genau. Wunderbar, Gabi. Haben wir alles gesagt? Wunderbar, ich danke. Gerne. Naja, dann thematisch habe ich mir gedacht, jetzt könnten wir das Lied Let's Make a Baby spielen von Billy Paul. Oder wir spielen Hey Baby von Bruce Channel. Wofür bist du? Also ich bin für gute Stimmung. Hey Baby. Jawohl, hier kommt das Regional. Wunderschön. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao, bis zum nächsten Mal. Hey Baby. I wanna know if you'll be my girl. Hey Baby. I wanna know if you'll be my girl. When I saw you walking down the street, I said that's the kind of gal I like to meet. She's so pretty, she's so pretty, she's so pretty, she's fine. I'm gonna make her mine, oh, mine. Hey, hey, baby. Hey Baby. I wanna know if you'll be my girl. Hey Baby. Hey Baby. I wanna know if you'll be my girl. I wanna know if you'll be my girl. I wanna know if you'll be my girl. Hey Baby. Hey Baby. Hey Baby. I wanna know if you'll be my girl. Hey Baby. Hey Baby. Hey Baby. Vielen Dank.